Hallo, das ist ein Fischbewerb. Hallo, das ist ein Fischbewerb. Ja, hallo. Und jetzt ist gleich die Tiefkraftkontrolle. Wir gehen hier wieder aus dem Stadtteil von Ostenlingen und die Ausflug sind hier in Österreich und in Stürmkaden. Wir haben auch etwas aus, als wir am Fürchten im Stadtpark, und das ist mit Fischer, jetzt noch ein bisschen hinterher, aber laden natürlich alle Schatz gleich einschießen. Er hat hier jetzt die Spitze seines Stolzers. Es sind hier eben die ersten Runde auf Ablobungen, die Spitze ist klar, auf der Landgarde. Und es führt momentan die Sportfunker aus Nordrhein-Westfalen.